Siegfried Krakauer war ein deutscher Journalist, Soziologe, Filmtheoretiker und Geschichtsphilosoph. Krakauer ist Autor der ersten empirisch-soziologischen Studie in Deutschland und gilt als einer der Begründer der Filmsoziologie. Leben Siegfried Krakauer entstammt einem kleinbürgerlichen jüdischen Elternhaus in Frankfurt am Main. Sein aus Schlesien stammender Vater Adolf Krakauer hatte zugunsten seines jüngeren Bruders auf ein Studium verzichtet und arbeitete als Handelsreisender. Die Mutter Rosette, geborene Oppenheim, kam ebenfalls aus einfachen Verhältnissen. Sie war für Krakauer die wichtigere Bezugsperson, stand aber immer im Schatten des Vaters. 1942 wurde sie in das GZ Theresienstadt deportiert und ermordet. Siegfried Krakauer war das einzige Kind des Ehepaars. Erste geistige Anregungen erhielt der junge Siegfried Krakauer im Hause seines Onkels Isidor Krakauer und seiner Tante Hedwig. Isidor war Geschichtslehrer an der Realschule der Israelitischen Gemeinde Frankfurts und außerdem Leiter der Versheim-Sim-Stiftung, die sich um jüdische Waisen kümmerte. Seine zweibändige Geschichte der Frankfurter Juden vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert gilt als Standardwerk. Siegfried Krakauer hatte schon früh den Wunsch, Schriftsteller oder Philosoph zu werden. Auf Drängen der Eltern, die ihn vor einer »brotlosen Kunst« warnten, studierte er jedoch zunächst von 1907 bis 1913 in Darmstadt, München und Berlin Architektur. Nebenbei besuchte Krakauer Vorlesungen in Philosophie und Soziologie. Auf diese Weise kam er in Berlin mit dem Soziologen Georg Simmel in Kontakt, dessen Idee der Mehrdimensionalität der Perspektiven für Krakauers spätere Erkenntnismethode entscheidend wurde. Das Architekturstudium schloss er 1914 mit der Promotion ab. Thema seiner Dissertation war die Entwicklung der Schmiedekunst in Preußen. Ab 1915 arbeitete Krakauer bei dem Frankfurter Architekten Max Seckbach. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, war auch Krakauer ähnlich wie Thomas Mann, Gerhard Hauptmann und viele andere. Zunächst nicht frei von der allgemeinen Begeisterung und Hoffnung auf eine kathartische Wendung. Im Laufe der Kriegserfahrung, die er in seinem ersten Roman »Ginster« verarbeitete, wich diese anfängliche Zustimmung einer völligen Desillusionierung und Ablehnung. 1918 erhielt Krakauer zunächst eine Anstellung als Architekt beim Stadtbauamt in Osnabrück. Erst 1921 kehrte Krakauer nach Frankfurt am Main zurück, das sich in der Weimarer Republik Hasch zum zweiten intellektuellen Zentrum neben Berlin entwickelte. Er war für die Frankfurter Zeitung zunächst als freier Mitarbeiter und Lokalreporter tätig. Die Frankfurter Jahre waren für Krakauers Entwicklung in mehrfacher Hinsicht prägend. Hier wirkten unter anderem Karl Mannheim, Erich Fromm, Max Horkheimer, Theodor Wiesengrund, Adorno und Leo Löwenthal, so dass er mit dem Frankfurter Institut für Sozialforschung in Berührung kam. 1921 lernte Krakauer den erst 18-jährigen Adorno kennen, mit dem er gemeinsam philosophische Schriften las und der noch 1964 bekannte, dass ihm erst Krakauer Kant zum Sprechen gebracht habe. Die Freundschaft der beiden Intellektuellen war dennoch von Beginn an nicht frei von Spannungen und Eifersüchteleien, die sich im Zuge politischer Differenzen in den 1930er Jahren massiv verstärkten. Wichtigstes Dokument der Beziehung ist der 2008 herausgegebene Briefwechsel. Außerdem besuchte Krakauer das freie jüdische Lehrhaus mit dem Kreis um den Rabbiner Nehemiah Anton Nobel, zu dem auch Martin Buber und Franz Rosenzweig gehörten. Von beiden Institutionen distanzierte sich Krakauer später. Die Begegnung mit ihnen trug jedoch zur Schärfung seines eigenen intellektuellen Profils bei. Am Institut für Sozialforschung lernte er 1925 die Bibliothekarin Lili Ehrenreich kennen, die er 1930 heiratete und die, insbesondere in den schweren Jahren des Exils, seine wichtigste seelische Stütze wurde. Ab 1922 arbeitete Krakauer für die Föto-Redaktion der Frankfurter Zeitung, einer der angesehensten Tageszeitungen der Weimarer Republik. Redakteure der Frankfurter Zeitung, unter anderem Paul Seth, waren 1949 an der Gründung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beteiligt. In Frankfurt am Main erinnern eine Straße und eine Gedenktafel an Krakauer. Berliner Jahre 1930 ging Krakauer als Föto-Chef der Frankfurter Zeitung nach Berlin. Schon die gesamten 1920er Jahre über hatte er sich immer wieder in der Hauptstadt aufgehalten. Nach mehreren Untermietverhältnissen bewohnte er bis 1933 mit seiner Frau eine Wohnung im vierten Stock des Hauses Sibelstraße 35 in Charlottenburg. Auf Betreiben einer Bürgerinitiative wurde am 10. Juni 2010 auch an dem Berliner Haus vom Berliner Senat eine Gedenktafel angebracht und der angrenzende bisherige Holzendorfplatz nach ihm und seiner Frau Lili in Krakauer Platz umbenannt. Die Berliner Jahre zählen zu den produktivsten im Schaffen Krakauers. Hier entstand seine Angestelltenstudie, hier verfasste er seine scharfsinnigen Beobachtungen des Berliner Alltagslebens. Hier entdeckte er den Film als analytisches Medium von Gesellschaft. Die hier analysierte gesellschaftliche Stimmung vor der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten bildet auch den Hintergrund des Stark. Autobiografischen Romans Georg Unmittelbar nach dem Reichstagsbrand im Februar 1933 floh Krakauer mit seiner Frau nach Paris. In der FZ erschien noch sein Artikel über das Ereignis. Eine endlose Prozession von Menschen zieht sich um das isolierte Gebäude herum. Was an ihnen befremdet, ist ihr beharrliches Schweigen. Es berührt aber darum so merkwürdig, weil Fälle öffentlichen Unglücks in der Regel gerade das Mitteilungsbedürfnis der Massen erwecken. Dieser Brand dagegen lässt die Menge verstummen. Immer neue Trupps von Schuljungen mischen sich unter die Erwachsenen. In Paris begann Krakauer 1934 mit der Arbeit an einer Biografie des Komponisten Jacques Hoffenbach, von der er sich auch einen Ausweg aus seiner äußerst schwierigen finanziellen Lage erhoffte. Außerdem veröffentlichte er, zum Teil unter Pseudonym, weiter journalistische Artikel, so in L'Europe Nouvelle, in der Neuen Zürcher Zeitung und in der Nationalzeitung. 1936 fertigte er im Auftrag des mittlerweile nach England emigrierten Adorno eine Studie zur Propaganda des NS-Staates an, die sich, obwohl verscheuen, durch Briefe, zeitnahe Texte und handschriftliche Notizen rekonstruieren lässt. Darin liefert Krakauer eine äußerst scharfsichtige Analyse des Nationalsozialismus, die sich mit den Erkenntnissen der heutigen Geschichtswissenschaft deckt. Er sah die Ursache des Dritten Reiches in einem komplexen Geflecht von spezifisch deutschen Voraussetzungen, schwaches bürgerliches Selbstbewusstsein, schwache parlamentarische Tradition, plötzlicher Zusammenbruch der Monarchie 1918, wobei anders als in der marxistischen Theorie, nicht dem Kapital und der Bourgeoisie, sondern den entwurzelten Mittelschichten die entscheidende Rolle beim Aufstieg Hitlers zugeschrieben wird. Krakauer differenziert außerdem zwischen den Faschismen etwa in Italien oder Spanien und dem Nationalsozialismus in Deutschland als noch einmal einer besonders aggressiven Variante des Rechtsextremismus, er erkennt somit die Singularität des NS-Staates. Mit dem Überfall auf Polen durch die Wehrmacht und dem Beginn des Zweiten Weltkrieges verschärfte sich die Lage für die Emigranten in vielen Ländern Europas Krakauer wurde, wie viele andere deutsche Flüchtlinge in Frankreich, 1939 kurzzeitig interniert. Ein Jahr nach der Okkupation Frankreichs durch die Deutschen gelangen ihm und seiner Frau Lili 1941 im letzten Augenblick über Lissabon die Emigration in die USA. Von 1941 bis 1943 arbeitete Krakauer als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Museum of Modern Art in New York. Parallel dazu entstand bis 1947 mit Hilfe von Stipendien der Rockefeller und der Guggenheim Stiftung eines seiner Film-Soziologischen Hauptwerke From Caligari to Hitler A Psychological History of a Red Almen Film 1960 erschien Theory of Film The Redemption of Physical Reality Sein letztes Werk History The Last Things Before the Last blieb unvollendet Es zählt dennoch zu seinen wichtigsten und für sein Denken aufschlussreichsten Büchern, weil es gänzlich seinem lebenslang geübten Denkgestus entspricht. In den 1950er Jahren führten Reisen Krakauer und seine Frau achtmal nach Europa. Auch nach Deutschland in Berlin besuchten sie 1956 ihre frühere Wohnung in der Sibbelstraße. Anders als Adorno erhielt Krakauer jedoch keine Einladung zu einer Rückkehr an ein wissenschaftliches Institut oder in eine Zeitungsredaktion in Deutschland. Eine Rückkehr wäre aber auch aus Krakauers Perspektive fragwürdig gewesen. Die Erfahrung des Holocaust hatte das Verhältnis zu seinem Heimatland schwer gestört bis hin zur Sprache, so dass er seit dem Kriegsende nur noch Englisch rieb. In einem Brief an Leo Löwenthal heißt es angesichts eines Deutschlandbesuches in den 1950er Jahren, der Grund, warum es uns davor schauderte, dort sein zu müssen, ist die Tatsache, dass es in Deutschland nie eine Gesellschaft gab. Die Leute sind alle völlig formlos und unkanalisiert, sie haben kein Außen. Es ist alles da, aber nichts am Platz. Daher das unechte, gekünstelte Benehmen, die Stilted Language, die komplette Unsicherheit. Krakauer, der keine Kinder hatte, starb 1966 in New York überraschend an den Folgen einer Lungenentzündung. Werk 1922 erschien die Schrift Soziologie als Wissenschaft, in der Krakauer versucht, die damals noch junge Soziologie als empirische Wissenschaft zu positionieren. Auch wenn die Schrift in Aufbau und Argumentation noch unausgereift erscheint, weist sie in ihrer Absicht bereits auf das spätere Denken Krakauers voraus. Es geht um die Problematik abstrakter theoretischer Ordnungssysteme, die das Denken von den Phänomenen entfremden. Insbesondere im dritten Teil der Schrift kommt Krakauer bereits zu der Erkenntnis, dass es die Gegenstände seien, die die Begriffe hervorbringen und nicht umgekehrt, die Auseinandersetzung mit Husserl und seiner Phänomenologie nach der ein, reines Bewusstsein nicht existiert, sondern erst durch Einklammerung in die reale Wirklichkeit entsteht, sowie der Einfluss Simmels mit seinem »Möglichkeitsdenken und Methodenpluralismus« sind unverkennbar. Man kann noch durch die kleinste Nebenpforte in den Mittelpunkt menschlichen Wesens gelangen. Diese Haltung prägt auch den sogenannten Detektiv-Roman von 1925, in dem Krakauer sich ebenfalls von einem intellektuell durchkonstruierten Weltmodell distanziert, das hier durch die Figur des rein rational operierenden Detektivs verkörpert wird, der den konstruierten Kriminalfall gesetzmäßig lösen kann wie eine mathematische Aufgabe. Die Wirklichkeit ist für Krakauer aber gerade kein geschlossenes Gebäude, weshalb sie auch nicht planmäßig entziffert werden kann wie das Kriminalrätsel einer Detektivgeschichte, sondern nur über eine mehrdimensionale Betrachtung, die selbst die scheinbar nebensächlichsten Gegenstände einschließt. Bekannt wurde Krakauer in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre mit zwei Aufsätzen. Die Bibel auf Deutsch von 1925 und das Ornament der Masse von 1927. Beide Texte weisen Berührungen sowohl mit dem historischen Materialismus als Auch mit der Frankfurter Schule auf uns sind ein Grund, weshalb Krakauer später immer wieder deren Umfeld zugeordnet wurde. Bei die Bibel auf Deutsch handelt es sich in erster Linie um eine Sprachkritik und keine vollständige Absage an theologische Inhalte. So nennt Krakauer in dem Aufsatz Luthers Bibelübersetzung unverändert gültig. Der Schlusssatz »Die Wahrheit liegt jetzt im Profanen« zählt vielmehr darauf ab, dass für Krakauer gemäß seiner empirischen Methode alles, sei es Theologie, Literatur oder Philosophie, an die Lebenswirklichkeit der Menschen in ihrer jeweiligen Epoche rückgekoppelt bleiben müsse. Der Versuch Martin Bubas und Franz Rosenzweigs, die hebräische Sprachmelodie ins Deutsche zu transponieren, führe zu einem Text, der ungeachtet der guten Absicht für das normale Individuum in der modernen Industriegesellschaft zu abgehoben erscheint, um noch auf seine soziale Alltagssituation zielen zu können. Das Ornament der Masse formuliert noch vor Adorno und Horkheimer Motive aus der Dialektik der Aufklärung, also die Beobachtung, dass die moderne Technik als Produkt der Aufklärung nicht automatisch mit der Vernunft gekoppelt ist, sondern eine Verbindung mit vormodernen Inhalten eingehen kann. Die Unterhaltungsindustrie mit ihren Revuen ist für Krakauer eine Vorlage, die mit beliebigen Inhalten gefüllt werden kann, auch mit gefährlichen wie dem Nationalismus. Dieselben ambivalenten Möglichkeiten bietet auch der Film, dem folglich sein großes Interesse gilt. Es entstehen zahlreiche Filmkritiken und Reflexionen über das Kino, die später in seine filmsoziologischen Schriften münden. Der historische Materialismus ist für Krakauer dabei aber nur ein retrospektives Beschreibungsmuster. Auf keinen Fall eine prospektive Zukunftsbeschreibung im Sinne eines gesetzmäßig verlaufenden Geschichtsprozesses. Diese Position bekräftigt Krakauer 1930 in seiner Studie die Angestellten, deren Freizeitverhalten und Verhältnis zur Kultur als Weltflucht charakterisiert wird, was eine Anfälligkeit für politische Heilslehren bedinge. Im Gegensatz zur Unterschicht, die in den linken Parteien organisiert sei, oder der bürgerlichen Gesellschaftsschicht sei das Kleinbürgertum politisch heimatlos und damit unberechenbar. Für eine Veränderung dieser prekären Lage kommt es Krakauer zufolge nicht darauf an, dass die Institutionen geändert werden, sondern dass Menschen die Institutionen ändern. Im dialektischen Verhältnis von Sein und Bewusstsein liegt damit für ihn das entscheidende Gewicht auf dem Bewusstsein, das sich durch eine Veränderung äußerer Verhältnisse nicht zwangsläufig mittendere, sondern vielmehr durch Aufklärung aus sich selbst heraus zu einer neuen Perspektive gelangen müsse. Er verzichtet demzufolge darauf, Lösungen anzubieten, sondern beschränkt sich auf die Sichtbarmachung des ersten Zustandes, die bereits der erste Schritt zur Veränderung sei. Diese Beschränkung und die Abwesenheit jeder Ideologie machen seine Analyse einer bis in die letzten Bereiche durchökonomisierten Gesellschaft, in der alles zur Ware pervertiert und selbst grundlegendste Ausdrucksformen der Menschlichkeit wie ein Lächeln unter den Vorbehalt eines ökonomischen Nutzendenkens gestellt werden. Unverändert aktuell Die Angestellten fand als erste empirisch-soziologische Studie in Deutschland große Beachtung und wurde breit rezensiert. Kurt Tucholsky schätzte sie als erstklassige wissenschaftliche Leistung. Während das Werk von der demokratischen Öffentlichkeit als konstruktiver Beitrag zur Debatte aufgenommen wurde, gab es seitens der rechtsextremen Hugenberg-Presse wüste antisemitische Angriffe, so dass es im Mai 1933 zu den Schriften gehörte, die die Nationalsozialisten bei der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 öffentlich verbrannten. In den 1920er Jahren entstehen überdies unzählige sogenannte Straßentexte, kurze, prägnante Beobachtungen, in denen Krakauer als Flaneur aus Alltagsbegebenheiten und Gegenständen, U-Bahnhöfen, Eisenbahnunterführungen, Weihnachtsbuden, Kaufhäusern, Zirkusvorstellungen, Lunaparks, Cafés, die er als Oberflächenerscheinungen charakterisiert grundlegende Aussagen über Zeit und Epoche herausliest. Sie unterscheiden sich von den Angaben der Epoche über sich selbst, wie Statistiken, Kommentare oder politische Debatten, gerade dadurch, dass sie weniger kontrolliert, weniger organisiert, weniger intendiert sind. Die Lage kurz vor der nationalsozialistischen Machtübernahme spiegelt der Georg-Roman von 1932 wieder, der auch vor dem Hintergrund einer zunehmenden Isolation Krakauers in der angepasster und konservativer werdenden FZ-Redaktion verfasst wurde. In meisterhaft ironischer Sprache wird der Siegeszug der Ideologien in der untergehenden Weimarer Republik illustriert. Im Vorgriff auf seine spätere Geschichtsphilosophie distanziert sich Krakauer von der Idee eines gesetzmäßigen Historienbegriffes. Nachdem der Kommunist Neubert gegenüber Georg ein Geschichtspanorama im Sinne des historischen Materialismus entworfen hat, Wirtschaftskrise, soziale Krise, Weltkrieg, Weltrevolution, klassenlose Gesellschaft, reflektiert dieser voller Skepsis. Dieses Panorama war die nackte Wirklichkeit, die notwendig so und nicht anders verlaufen müsste. Nur eines wunderte ihn, dass sie sich gleichsam unabhängig vom menschlichen Willen entfalten sollte. Wenn nun die Menschen ihren Sinn änderten und nicht in das Panorama einströmen würden? Die Individuen und ihr Sinn sind es, die Krakauer zufolge die eigentlichen Faktoren der geschichtlichen Entwicklung darstellen. Diese Überzeugung setzt sich fort in dem im Pariser Exil geschriebenen Werk Jacques Offenbach und das Paris seiner Zeit von 1938. Es stellt den Versuch dar, durch die Biografie einer einzelnen Person hindurch eine Biografie des Zweiten Kaiserreichs unter Napoleon III. mit seiner rauschhaften Welt der Operetten und Feste zu erzählen. Geschichte als Geschichte von Einzelleben, Biografie als Gesellschaftsbiografie From Caligari to Hitler untersucht anhand der Filmgeschichte die soziale Struktur der deutschen Gesellschaft von den Anfängen des Mediums bis zur Machtergreifung der Nazis Die These ist, dass es in Deutschland bestimmte Kollektivdispositionen gegeben habe. Nämlich eine Neigung zum morbiden und makabren bei gleichzeitiger politischer und kultureller Verunsicherung, die zum tieferen Verständnis des Nationalsozialismus berücksichtigt werden müsse. Bereits in einer Kritik für die Frankfurter Zeitung vom 18. Mai 1931 schrieb er über den Regisseur von Metropolis Fritz Lang und dessen ersten Tonfilm M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Er hätte seinen Vorwurf in einem Sinne zu Ende führen sollen, der unserer sozialen Wirklichkeit entspricht. Stattdessen biegt er von ihr ab und heroisiert das Verbrechertum. Zu Metropolis heißt es, das gelähmte Kollektivbewusstsein redet mit ungewöhnlicher Klarheit im Schlaf. Dieses Kollektivbewusstsein versteht Krakauer nicht im Sinne eines negativen Nationalcharakters der Deutschen, sondern als Folge bestimmter historischer Entwicklungen und Defizite, die schon in seiner Analyse der NS-Propaganda 1937 genannt wurden. Theory of Film versucht dagegen eine grundsätzliche Einordnung des Films und seiner Funktion. Der Film ist für Krakauer gerade keine Scheinwelt, sondern im Gegenteil durchzieht der Gedanke einer privilegierten Beziehung des Films zur materiellen Wirklichkeit das Buch in allen nur erdenklichen Variationen. Für Krakauer ist der Film geradezu ein Weg zum Wesen des Seins zurückzukommen, eine Position, die heute angesichts der Omnipräsenz visueller Medien und der immer perfekteren Möglichkeiten der Nachbearbeitung, Montage und auch Anonymisierung der Urheberschaft von Bildern hinterfragbar sein mag. Aber Krakauer schweben in seinem späten Hauptwerk filmische Kunstwerke vor, welche durch die mimetischen Fähigkeiten des Mediums sich an unsere alltägliche Wirklichkeit anschmiegen und ihr ihre Geheimnisse entlocken können. Fragment geblieben ist schließlich das geschichtsphilosophische Werk History, The Last Things Before the Last. Es war bei Krakauers Tod aber so weit fortgeschritten, dass es Posthum als Buch erscheinen konnte. In der für das Verständnis seines Denkens äußerst wichtigen Abhandlung führt Krakauer schon früher angelegte Positionen zur Geschichtsphilosophie. Noch einmal zusammen, die die Gegenwart bestimmenden Geschichtsphilosophien und Gesellschaftsmodelle des 19. Jahrhunderts und zwar sowohl das Smith-Modell eines freien Spiels der Kräfte als auch Marx-Konzeption eines historischen Materialismus kranken daran, dass sie sowohl an der Übertragung des naturwissenschaftlichen Denkens auf gesellschaftliche Vorgänge als auch am Idealismus mit dem hegelianischen Prinzip eines steuernden Weltgeistes festhielten und Geschichte daher nur aus der Makroperspektive betrachteten. Krakauer bekräftigt demgegenüber, dass ohne die Summe der Beziehungen zwischen einzelnen Menschen und Dingen erspricht von den Mikrofaktoren Geschichte nicht erklärbar sei. Weil aber die Individuen frei seien, sei Geschichte letztlich nicht vorhersagbar, sondern offen. Geschichtsschreibung ist daher für ihn auch eher das Erzählen vieler Einzelgeschichten als eine theoretisch-wissenschaftliche Betrachtung aus der Distanz. Der Historiker muss eine Geschichte erzählen können. Daraus resultierend wiederholt er in dem Buch noch einmal seine These, dass der Film mit seiner Möglichkeit auch scheinbar unbedeutende Details und Schattierungen mit auf die Leinwand zu bringen, eine Parallele zur Geschichtsschreibung aufweise. Krakauers Prinzip des wirklichen Eintauchens in die Welt in ihrer ganzen Vieldimensionalität als Voraussetzung von Erkenntnis findet hier ihren logischen Abschluss. Er denkt sich Geschichtsschreibung deshalb immer auch als Gegengeschichte, die dem in der bisherigen Geschichte missachteten, verkannten und verdrängten Zurechtnahmen, Anerkennung und damit Befreiung aus den Exklaven des Vergessens verhelfen soll. Der Titel Die Letzten Dinge vor den Letzten offenbart überdies noch einmal, dass eine theologische Dimension in Krakauers Denken bis zum Schluss erhalten blieb.